2. 5. Hallo Alma. Ich bin Tom. Deine Augen sind wie zwei Bergseen, in denen ich versinken möchte. Ich bin in die Ethikkommission geladen und brauche deine Studie. Traumpartner ist ja schon für dich gebaut. Muss zugeben, sie haben wirklich Geschmack. Und hier ist dein Zimmer? Klang mir nicht im selben Bett. Die testen mich, scannen mein Gehirn. Multiple Choice ohne Ende. Und was kommt dann dabei raus? Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen. Zu den 7%? Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, aber Sie behandeln Tom wie eine Maschine. Dass er eine Maschine ist? Wow. Tom ist ein freundlicher Vorbote. So, hat er mich jetzt gerade verhascht? Ja. Alle sind begeistert von dir. Nun, du nicht. Guten Morgen, Hermann. Wenn du dich öffnen würdest, wärst du glücklicher. Es geht vor allem. Ich krieg das nicht. Aber wo soll ich denn hin? Doch sind nicht gerade die unerfüllte Sehnsucht und das ewige Streben nach Glück die Quelle dessen, was uns zu Menschen macht? 3587 mal 982 durch 731 4818,65116 5018,6510 3433, Multipleِّ